Schauen Sie mal, hat eine neue Quest. So, falls ihr euch wundert, ich hab mich zum Spaß mal für den... für den Event-Boss zum Sonnenwindfest angemeldet. Den hab ich nämlich nie gemacht. Und den gibt's hier zufällig auch auf der Beta. Ich weiß natürlich nicht, ob den jetzt irgendwer machen will. Zwei D-Ds zumindest. Mal gucken. Falls wir den nebenbei kriegen, machen wir da mal einen Abstecher rein. Ähm, Schwarzfels-Waffen. Ja, wir müssen bestimmt Schwarzfels-Leute töten und sie aufsammeln oder so, ne? Bestimmt. Pam. Oh, das ist neiges, Punkt. Guten Tag. Ich brauche immer Leute, schneller. Ich liebe auch nur Waffen. Aber wenn ich noch Berserker hab, muss ich hier noch ein Rage gehen. Oh. So ein paar Waffen aufsammeln. Zack, zack, zack. Der belutet? Nein. Natürlich, nein. Oh, hier liegen Ballwaffen. Die leuchtet jetzt nämlich so hell. Aber die sind nicht AOE-Lupen. Tja, die muss man alle einzeln lösen. Die ist aber auch okay, damit eben nicht einer allen die Dinger klaut. Und die jeder selber anklicken muss. Ich hab noch mal draufklicken, aber sind da jetzt keine Waffen mehr drin? Ich hab denen keiner mehr drin, ne? So. Die lootet ja auch immer doppelt. Da liegt noch einer rum. Wo sind wir hier überhaupt jetzt da? Schwebt irgendeine Steppe oder so? Was, gab wir jetzt schon einen Schwarzfelssteinbruch? Sind wir jetzt in der brennenden Steppe oder was? Weiß ich gar nicht. Dürften wir ja noch nicht ein Draenor sein, oder? Oh, vielleicht gibt's auch eine Brindelsteppe im Drehen. Ach, genau. Hier gibt's einen Laufen-Ständer, ne? Zack. Irgendwo so einer. Da hinten sind noch ganz viele. Da ist auch noch ein Ständer. Höhel-Ständer, genau. So, nehmen wir den noch mit. Den da. Und den da. Und der wird sogar noch ein Ständer. So, das war's. Und dann Tanzbären und losgesteppt. Da hatte ja so'n hässliches Ding. Und dann kommt. What's this? What's going on down here? Blackhand. What's going on? Hurdowns. Hm. Weiß nie. Wie gesagt, nicht was da mit auf sich hat. Ähm, Schuhe. Schuhe sind scheiße. Da sind nur die blauen Sachen besser. Die Grünen sind irgendwie kotig. So. Schwarzfaust. Anführer der Schwarzfelsoraks. Was Blizzard noch fehlt, wäre so ein Intro der Bosse wie bei Borderlands. So wie jetzt ungefähr, nur halt eben besser. Wo sich jeder halt einmal so kurz vorstellt. Äh, ob das noch machen. 3 Ogakillen, 15 Grundzern. Das übliche WoW Zeugs. Außer, dass ich jetzt ein paar Gefährten hier hab. Ich wollt ja nicht hochkommen, brauchst nicht runterkommen. Bäm, bäm, bäm. Oh nein, er zerschmettert sie alle. Richtig Damage machen die auch alle noch nicht, aber... Das können wir, denke ich, mal testen, wenn wir dann mal im Dungeon sind. Wobei, dann werde ich Heal machen, aber werde ich ja sehen, wie ich hier nicht... Wie viel... Wie viel ich heilen muss. Und ich hab ja auch gehört, das Heilsystem wird ein bisschen umgestellt. Und es soll wohl noch ein bisschen schwerer sein jetzt. Weil es noch nicht so ganz gebalanced ist. Mit den Heals und den dazu... Tanker P und so, die alle so ein bisschen komisch noch skaliert sind, angeblich. Werden wir mal testen. Ganz einfache Sachen. Wird auf jeden Fall gar nicht so aus. So einen Dot drauf machen, ist sie weg. So, einfach nur so ein Ugerlein. Äh, bäm, 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 bäm. Was ist da denn hier? So, was brauchen wir noch? Noch einen da hinten, der noch war. Ist ja auch schon fast tot, staunen wir die noch ab. Ach komm, wenn wir ja schon hier sind. Jetzt krieg ich bisschen Damage, aber ich kann mich ja hier. Oh. Das geht dann auch in Katze, oder geht es allgemein in Katze? Nee. Okay. Wenn ich den Proc hab, dann geht es in Katze, okay. Mit in Katze, mein ich in Katze in Form. Das versteht ihr, oder? So. Steppen wir wieder mal wieder mit den Bären. Na, falsch richtig. Dann muss ich weiterlaufen. Jetzt sind wir hier oben. Scharfseher Drektar. Level 15 Talents anlocked. Also ich denke mal, das ist, oder? Für die 99 Geboosteten, sonst würde das alles keinen Sinn machen. Dann schaltet man nach und nach Spells und Talents und so frei. Nehme ich jetzt mal an. Sprengt den Damm. Bam, es ist Naruto. Der Kyuubi. Und diese Wassereffekte. Habt ihr diese Wassereffekte gesehen? Unglaublich. Das ist alles überschwemmt mit einer komisch durchsichtigen Textur. Die aussieht wie Nebel statt wie Wasser. Naja. Level 30 Talente. So. Jetzt sollen wir nach Ghana. Am Schwarzfeld Steinbruch. Mal schauen, halt. Im. Tart. Tarnand. Nein, was? Tarnand. Dschungel. Auf viel mehr Sinn. Oh, die sind auch noch in der Quest. Der Hansel ist wieder da. Good old Hansel. Ist doch schwarz am Boss. Den kann ich nicht verkaufen. Ähm. Eintrank? Guck. Weiß nicht, ob wir den brauchen. Wala. Nicht. Mal die Ristbraucher nicht. Kann man eigentlich mittlerweile Schrott verkaufen? Schambar nicht. Was zu erwählten Gegenstand nicht haben. Das ist ja jetzt eine Beleidigung. Jetzt fühle ich mich aber beleidigt. Ganz hart. Okay. So. Obwohl. Ähm. M, M, M. Ich hätte natürlich noch gucken können, ob ich das vielleicht irgendwie dafür brauchen könnte. Aber wahrscheinlich nicht. Es war ja jetzt kein Rücken oder Waffe war ja nur mit Beweglichkeit, dann sollte das eigentlich passen können. Schon passen. So. Äh. Oh. Hier ist sogar halbwegs ein Map auf einmal. Zumindest auf ein Minimap. Ob ich dann hier auch eine Karte habe? Nein. Natürlich. No. Was ist eigentlich wieder halbwegs ein? Ja. So. Dann kann ich eine Bombe auf. Sehr cool. Ich darf nicht einfach Bombe auf einmal. Nein. Ja. Guten Tag, sollte ich sie vielleicht befreien tun? Hat der mich gerade angefreut? Fast mit Schwarzfelspulver. Ach, verwecken! Doch, kommen sie da auch runter, bitte? Hallo? So. So, wie sollten wir das kaputt machen? Oder ist das einfach nur, damit man den besser Damage macht? Keine Ahnung. Hat das auch was zu bedeuten? Was sollen wir jetzt machen? World Breaker, Schematics... Fast mit Schwarzfelspulver. Wie kriegen wir das denn alles her? Eins kriegen wir von da drin. Schau, komm, ich töte jetzt auch. Piu, Piu, Piu. Oh, da war eine Bombe. Oah. 4.000. So, von hier unten gestört. Hallo? Herr Aufseher, Herr Aufseher, was tun Sie denn da? Lassen Sie das doch mal sein. Das ist doch nicht gut für ihr Gemüt. Piu. 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 Ups, weil du hast da nochmal die Blutung drauf gemacht, dann wollte ich den Finish. Na klar. Der hat die Fessel. Oh, das Ding ist wieder gerückt. Ein regenerierender Stein. Eine neue Erfindung. Der Schwarzfelsorgs. Hörst du jetzt mal auf hier. Darum stinkt das hier. Hallo Jens, Alter. Furzen, Mist, Alter. Dann scheißt er hier in die Eimer, oder? Man, man, man. Treuen will ich aber nicht befreien. Ähm, da haben wir hier eins. Weltbreaker Schematic. Xauni Orient for Fine. Aber sie liegen nicht auf dem Tisch. Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Hallo? Tja. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da sind sie auch nicht. Ansonsten, was haben wir noch gehabt? Fast mit Schwarzfelspulver. Das krieg ich schon da hinten in den Turm. Da lang, glaub ich. Ja. Ach, da hab ich die Schematics. Okay. Okay. So. Das Fass müsste ich hier kriegen. Da. Ich bin auf den Rücken geschnallt. Wackelt zum Glück auch überhaupt nicht. Und, bitte sehr. Viel Spaß beim Basteln. Bleib sauber. Er hat betätigt den behelfsmäßigen Auslöser. Den Ratt. Mach den da. Feuer frei! Okay. PANG! Der liegt aber ganz schön gerade und durch Wende. Oh, das war aber nicht bildhübsch. Kaboom! Ähm... MMM. Der Hansel ist fertig. Und der Herr da hinten ist auch fertig. Und ich hab eben den Fritzenden Ganar gebracht. So, schon mal Level 60er Talents. Boah, auf der... So, wer ist das eigentlich? Sonst wieder Kapka. Er möchte, dass wir mit Telin sprechen. Der... in der Ecke steht. Irgendwo. Da. Was geht euch durch den Kopf? Was geht euch durch den Kopf? Dž. 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 Vielen Dank.